So, heute starte ich mal aus diesem Menü, damit ihr auch mal seht, wo man das alles einstellt. Habe ich mir mal so gedacht, dann ist es ja auch mal vielleicht interessant. Ab dem nächsten Spiel werde ich das wieder wegtun, also dass ich noch nicht ab hier aufnehme. Hier kann man auswählen, 3D-Spiel, Textmodus, Videotext oder Sofortberechnung. Wir nehmen jetzt für heute den Textmodus. Dann kann man hier noch so eine Ansprache vor dem Spiel. Wir verlieren das heute nicht. FC Scholke, das war nochmal der Soundpitch. Im Hintergrund hören wir auch die Fangesänge und es geht los. Das Spiel hat begonnen. Ersten, oh, gelbe Karte, Daniel Bayer, sofort in der 5. Minute. Na, wenn Barzos Däniger diese Linie so durchhalten will, dann beenden wir das Spiel heute mit 5 gegen 5. Ja, das wäre nicht so schön, wenn der Mann sofort wegen jeder Scheiße Gelb gibt. Und die erste Möglichkeit. Ecke von links, Nasri. Nasri schlägt eine Ecke auf Höhe des Elfmeterpunkts, wo Torhüter Simon Jentsch nicht ein... Ja, okay, David Lewis schiebt es am Pfosten vorbei. Gut, gut, gut. Ich lese nicht immer alles vor, aber so ein paar Fetzen auf jeden Fall. Bisher nur die Schalker. Okay, bisher spielen nur die Schalker. Augsburg wohl sehr defensiv. Jetzt die nächste Möglichkeit. Eine bessere. Und Verwirrung im Strafraum. Keiner schlägt den Ball entscheidend weg. Schließlich schnappt sich Frank Rébry. Die Kugel zieht aus kurzer Distanz ab, aber Simon Jentsch ist zur Stelle. Erneute große Möglichkeit. Freistoß von rechts. Frank Rébry. Nach einem Frank Rébry Freistoß von rechts kommt Fernando Torres vor deinem... Per Kopf. Oh, weit über die Latte. Und jetzt die erste Möglichkeit für Augsburg. Jan Moravec. Geht zweimal... Der reklamiert. Okay, jetzt die nächste große Möglichkeit für Schalke. Rébry eigentlich mit einer guten Aktion. Ja, gut. Da hat er wieder zu viel getrickst. Sechzehnte Minute. Immer noch 0-0. Es geht weiter. Zwanzigste. Nächste Möglichkeit. Arturo Vidal mit einem ungenauen weiten Ball in die Spitze. Aber da war absolut niemand. Oh, ich sehe es kommen. Also ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein bereue ich die Idee, eine Mannschaft zusammen zu kaufen und damit versuchen, Meister zu werden. Weil ich merke in meinem privaten Spielstand, dass das nicht so gut klappt. Gelbe Karte Giovanni Cio. An der Außenlinie bringt Giovanni Cio Bastian Schweinsteiger zum Fall und sieht dafür die gelbe Karte. Schon die zweite gelbe in Bezug auf Schweinsteiger. Also der scheint viele gelbe Karten rausholen zu können. Und da zum Ende der ersten Hälfte in Flach die Partie zunimmt. Die Fehlpassquote ist merklich gestiegen. Gelungene Aktionen lassen nun schon länger auf sich warten. Und damit ist die erste Hälfte vorbei. 0-0 gegen Augsburg. Ey, wenn das so aber auch im Pokalspiel gegen die Augsburger läuft, dann wird das sehr gefährlich. Wir müssen das gewinnen, Freunde. Was macht ihr? Die motivieren wir mal. Den motivieren wir auch. Dich können wir loben. Vidal, du machst das sehr gut. Ne, Nasri war das gut. Vidal ist er hier. Ah toll, ich hätte Marcelo auch loben können. Na, da kriegst du dafür eine Massage. Genauso wie Ribéry. Wem können wir noch eine geben? Komm, kriegt Vidal auch noch eine. So, auswechseln. Ich bin überlegen, komm, wir tun Huntela rein. Sonst lassen wir es aber erstmal so. Mal gucken, ob der Hunter was bringt. Und so, ab der 60. schicken wir schon mal ein paar Leute zum Warmwerden. Oder je nachdem. Der Schiedsrichter müsste über einen Abbruch nachdenken. Warum das denn? Und die nächste Möglichkeit. Oh nein. Und da ist es passiert. 1-0 Milan Petrezla. Oder so ähnlich. Oh, jetzt müssen wir. Oh nein, 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 nein. Daniel Bayer zieht ab. Drei Meter am Winkel vorbei. Ein Glück. Puh. Jetzt wird es kriminell. Zweites Spiel der Saison. Und wir kriegen... Oh, kommt, Freunde. Oh, Mann, Mann, Mann. Jetzt müsste der Wechsel stattfinden. Ey, das wäre die nächste Blamage. Aber okay, es ist ein Experiment, habe ich ja gesagt. Aber zwei Niederlagen in Folge zu Saisonbeginn. Dann können wir unsere Träume von Meisterschaft schon mal bald begraben, würde ich sagen. Die anderen Mannschaften warten ja nicht auf uns. Oh, und damit wären wir auf einem Relegationsplatz. So gut wie. Oh, oh, oh. Und ich sage ja, die anderen Mannschaften warten nicht auf uns. Ey, und um den Klassenerhalt will ich nicht spielen. Aber okay, muss ich dann ja. Aber trotzdem. Jetzt kommt, Freunde. Wenigstens mal ein Punkt. Ein abgefälschter Schuss fällt genau auf die Stirn von Neymar. Der, der noch Brasilian, ne, der noch frische Brasilianer köpft, aber genau in die Arme von Simon Jentsch. Oh, schon wieder nur eine Parade. Das sieht sehr böse aus, sage ich mal. Der Fehlstart ist fast perfekt. Matthias Ausweg behindert. Philipp Lahm erfolgreich am Flanken und klärt zur Ecke. Jetzt kommt. Ecke. Zweite Ecke von Nasri hier in dem Spiel. Oder generell die zweite Ecke. Und schon wieder. Andreas Ottel sorgt für Probleme und kann klären. Nächste Ecke. Komm. Bessere Chance. Nasri mit der dritten Ecke. Ja. Das Spiel läuft weiter und der FC Augsburg hat den Ball. Ja. Ich glaube schon fast, das war es. 76. Minute. Wir können nicht mehr auswechseln. Nächste Chance. Kommt. Leute. Oh, sauber. Huntela. Mit dem 1-1. Super. Die Torhymne hört man auch so gut wie gar nicht. Also. Ach so. Ich habe die Torhymne auch noch gar nicht geändert. Mist. Ich habe ja jetzt den Soundpatch und da hätte ich eine neue Torhymne einfügen müssen. Verdammt. Gut. Mal gucken. Ist hier noch was möglich? 1-1 steht es. Kommt, Freunde. Ende. Ja, komm. Bitte. Schöner Steilpass auf Klazian Hunterler. Aber der schießt viel zu früh und trifft den Ball nicht richtig. Weit vorbei und vollkommen harmlos. Komm, bitte. Ja, komm. Mario Gotze läuft quer. Schaut beim Pass demonstrativ fast Richtung Mittelkreis. Und lupft den Ball genau in den Laufhahn. Sauber. Absolute Weltklasse. Das Tor war unglaublich. 2-1. 89. Minute. Huntela. Drittes Tor in dieser Saison. Drei Minuten Nachspielzeit. Komm. Pfeif ab. 2-1 gewinnen wir. Zuhause gegen Augsburg. Das war der Sieg, den wir brauchten. Top-Leistung von Neymar und Gotze. Das war Gold wert, die beiden reinzubringen. Ja, und damit sind wir wieder im Mittelfeld. Puh. Also. Meine Fresse. Geil. Wenigstens ein Sieg gegen Augsburg. Knapp, knapp, knapp. Aber okay. Dann gehen wir mal hier in die Nachbesprechung. 4-1 Leverkusen an Dortmund dran. Leverkusen, die gehen hier im Fußballmanager richtig ab. Also bei mir im privaten Spielstand, wo ich mit den Bayern spiele, da ist das richtig schwer, noch an die ranzukommen. Ich bin da jetzt beim 20. Spieltag oder so. Oder beim, nee, ich glaube es war schon beim 22. oder so. Und muss auf den Patzer von Leverkusen hoffen und Leverkusen schlagen, wenn ich alles gewinne. Um noch an diese Säcke ranzukommen. Also es wird schwer. Aber okay. Wir sind hier mit dem FC Schalke, haben unser zweites Spiel gewonnen. Mit 2-1. Was, ey. Ey, was ein krankes Spiel. Aber okay. Ähm, die Stimmen. Was mir nicht gefallen hat, war, dass wir nicht ballsicher waren. Wir haben zu viele Fehler gemacht. Wenn man führt, muss man den Ball auch mal einfach laufen lassen können. Ja, haben wir ja. Ey, wir haben ja nicht mal geführt. Wir haben zum Schluss 89. Na ja, auf den Druck. Was für ein Druck. Also, die Kommentare sind teilweise ein bisschen komisch. Starke. Starke auf Nummer 1. Steht der jetzt bei Bayern im Tor? Hm. Naja, sehr viele Leverkusener hier. Götze von uns mit drin. Beste Spieler. Götze ist nicht hier mit bei. Da ist Götze. Aber jetzt hier. Naja, insgesamt. Ja, komm. Passt schon alles. Wir gehen weiter zur Vorbereitung. Auf das Spiel gegen Gräuter Fürth. Wir fahren nach Fürth. Ne, können wir nicht. Können wir gerade nicht nehmen. Ja. So. Puh. Ja, ich muss das jetzt gerade erstmal ein bisschen sacken lassen. Also, das war jetzt echt gemein, sag ich mal. 2-1, aber immerhin gewonnen. Jetzt haben wir erstmal... Oh, wir haben eine Woche frei. Danach geht es nach Gräuter Fürth. Und danach steht schon unsere erste Begegnung in der Meisterliga an. Hier seht ihr es noch Champions League, ne? Das Champions League Symbol. Ich habe es in meinem privaten Spielstand ist es schon aktualisiert. Da steht UEFA Champions League durch eine kleine Editierung, sag ich mal. Alaba noch 16 Tage verletzt, okay. Toiletten im Stadion. Ey. Komm, Umkleiden ausbauen. So, habt ihr eure scheiß Toiletten. Aber das Traurige ist, das wird nicht mehr übernommen. Luxus essen, jo. Komm, Geschenk. Ne, Geschenke nicht, aber freie Softdrinks, so. So, mehr können wir nicht machen. Aber ich sage mal so, wir haben die Kohle. Da können wir sowas ruhig machen. Puh. Gräuter Fürth, wieder so ein Spiel, was eigentlich gewonnen werden muss. Auch wenn Gräuter Fürth sind, die bei uns auf dem dritten. Wir haben 1,45 Milliarden Euro ausgegeben. Gräuter Fürth ist auf dem dritten Platz. Fünfer guter Saison statt für den Aufsteiger. So, nein. Mats Hummels wird nicht verkauft. Wolfswinkel. Ist da was? Den Wolfswinkel, den holen wir wieder in die erste. Dafür geht ein anderer runter. Ach, die sind alle, ach, die sind alle eh noch. Ja, die sind alle noch auf Nationalmannschaftskurs. Ab heute werde ich euch auch in die Beschreibung meine Patchliste, welche Patches ich benutze. Ich weiß nicht, ob ich Links mit reinpacke, aber ich werde euch die, ja, ist eigentlich alles von FM-Corner. Ja, also, ne, kann ich euch den Link in die Beschreibung packen, weil ich habe mehrere Patches. Den Soundpatch habe ich installiert. Jefferson Verfun fällt aus, zwei Tage. Ja, ist wieder fit. Fuck. Ey, ihr Huren. Nein. Oh, ihr Säcke. Die wollen uns, die wollen uns Neymar abkaufen für 65 Millionen. Boah. Müssen wir uns echt einen neuen Linksaußen suchen als Reserve, oder wie? Boah, eigentlich müssen wir noch genug haben. So. Neymar wechselt, jo. Die Säcke haben uns abgeluchst. Naja. Joe Hart. Oh. Immer noch Englands Torwart. Finde ich gut. Joe Hart war doch der, der bei der WM 2.10 dieses Eigentor hatte, oder nicht? War das bei der WM 2.10? Ja, doch, ich meine. So. Deutschland hat 1-1 gespielt. Das ist Christian Fuchs. Der ist Österreicher. Ach, du Kacke. Da haben die auch mal gegeneinander gespielt, alle. Naja. Ablehnen. Ihr kriegt Louis Holtby nicht. Ja, und Neymar wechselt, ne? Ja. Zum 1.1. 2.13. Boah. Jetzt fällt der drei Wochen aus, jetzt wo ich ihn hochholen wollte. Naja. Wartet mal. Jetzt gehe ich erstmal Transfers. Verträge. Verträge. Feste Ablöse. Nein. Neymar, du Sack. Ey. Wo ist er? Forderung. Ey, das riecht mich richtig auf. Scheiße. Was wir jetzt erstmal machen können. Vertrag verlängern von Huntelaar. Der will nicht verlängern. Okay. Holtby schätze ich mal auch nicht, ne? Jo. Scheiße. Dann kommen die beiden erstmal wieder in die erste. Oder auf jeden Fall wieder. Ach man, die sind. Ja, egal. Du kommst da hin. Wo ist Holtby? Komm. OM. Dann spielst du jetzt da drauf. Bringen wir mal wieder so ein paar Schalker mit hier rein. Und Vidal ist immer noch verletzt für 18 Tage. Dann. Jermaine Jones. Gut. Oha. Barcelona wird als einfach dargestellt. Was ist denn da passiert? Ja, aber okay. Na 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 na. Leber. Na 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 na. Ja, Gräuter führt. So. Gräuter führt steht als nächstes an. Die möchte ich erstmal von ihrem Throne runterholen. In ZM. Wen können wir denn da? Neymar, du bist für mich raus. Erstmal. Khedira. Ne, dann packe ich Khedira da mal rein. Neustädter haben wir da noch. Gut. Unser Torwart schwächelt ein bisschen. Komm. Nehmen wir den aktuellen. Unseren aktuellen zweiten mal rein. Patricio. Mal gucken, wie der sich schlägt. Die Bayern haben eine 852er Mannschaftsstärke. Die sind wiederum. Warte mal, liegt das jetzt an? Weil ich Neymar rausgenommen habe? Oder war ich Joe Hart rausgenommen? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Naja, egal. Auf jeden Fall. Gut. Hätten wir das soweit? Wir haben noch ein paar Nachrichten. Scouting abgeschlossen. Joel Matip ist wieder fit. Yo. Wir sollen noch ein bisschen mit unseren Spielern reden, schätze ich mal. Tun wir natürlich sofort. Draxler, alte Socke. Okay, Christian Fuchs. Training alles. Ja, die meisten werden natürlich bockig sein, weil sie nicht spielen. Aber okay. Durch den Sieg bin ich wieder ein bisschen optimistischer, dass das Projekt gekaufte Mannschaft und Meisterschaft noch nicht gescheitert ist. Alaba. Ja, der ist... Ich möchte von ihr gerne höhere Ziele sehen. So. Ah, unsere ganze Dynamik geht flöten. Wir haben noch keinen Anführer. Ja, einer von den beiden wird es mit Sicherheit werden. Ja, gut. Es ist zusammengekauft. Es ist klar, dass die sich nicht wirklich verstehen. Das ist halt Entwicklungszeit. Ach du Kacke. Was haben sie denn hier jetzt? Ach du Kacke. Nein. Eigentlich müsste ich die Aufgaben ja alle abgegeben haben. Also... Es gab Beschwerden, seht ihr? Was soll der Quatsch? Ich habe das hier höher gestellt. Vor allem, wir machen immer Minus. Merkt er das? Puh. Bin ich froh, dass ich den Verein in fünf Jahren verkaufe. Sobald es gefährlich wird, ist mir das egal. So. Ach, Vereinsgeländer erweitern. Erstmal muss was kommen, bevor wir noch mehr erweitern. Ach nee. Gut. Gucken wir nochmal in die Taktik rein. Bevor wir... Ne, komm. Holpi ist unzufrieden. Hundelein ist unzufrieden. Euch gebe ich die komplette Kontrolle. Sollte eigentlich alles in Ordnung gehen. Ich bin gespannt. Meiste gelbe Karten. Super. Du gefällst mir, Asamoah. Ach, hier spielt er noch bei... Greuther Fürth. Hannover, Schalke... War lange bei Schalke. Über zehn Jahre, immerhin. Dann ist er ablösefrei nach Pauli gekommen. Da war er ein Jahr. Ach gut. Ist ja nicht schlimm. Und jetzt nach Fürth. Auch ablösefrei. Ja, ich schätze mal, da beendet er auch seine Karriere. Zu uns braucht er nicht nochmal wiederkommen. Gut. Ich würde sagen, das lassen wir alles erstmal so... Warte, wir können uns ja nochmal die Laufwege angucken. Ey. Taktik. Laufwege. Die können doch mal wieder mit in den Strafraum kommen. So. Gleich vorweg. Ich werde nicht gut... Nicht mehr so oft auf Kommentare eingehen können. Weil ich sehe, das Projekt gefällt euch. Und ich werde versuchen, mein Ding erstmal durchzuziehen. Ihr könnt mir natürlich weiter Vorschläge machen. Und Tipps und sowas in die Kommentare schreiben. Und ich werde die dann in kommenden Aufnahmesessions berücksichtigen. Dass ihr Bescheid wisst. Okay. So. Das war die Taktik für hier. Für... Ja, jetzt für das kommende Spiel. Das werden wir nochmal im Textmodus machen. Danach Barcelona im 3D-Spiel. Bayern auch nochmal 3D-Spiel. Und dann erstmal wieder zweimal Textmodus. Und Galatasaray gibt es dann auch wieder 3D-Spiel. Wolfsburg Textmodus. Dortmund müsste auch wieder 3D-Spiel sein. Ja, pff. Ne, FCN da. Diese komische Nordirland-Kacke da. Ne, Nordirland ist es gar nicht. Mal kurz gucken. FC Nordisisi in Dänemark. Ach du Kacke. Naja. Gut. Ich entscheide das von Spiel zu Spiel. Aber solche Spiele wie gegen Barcelona, Bayern, Dortmund, Galatasaray, die Europa... Also die Champions-League-Spiele, die gibt es alle im 3D-Modus. Ist doch klar. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, die vielleicht gleich schon kommt. Keine Ahnung. Je nachdem, wie viel ich jetzt aufnehme. Wie weit ich spiele. Ja. Bis denne. Tschüss. Tschüss.